Herba Mildis. Die Maroni-Honig-Kräutermischung mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen sorgt für eine sanfte Zellregeneration. Gesund und schön in jedem Alter. Sie ist wohltuend und energieliefernd. Anti-Aging von innen trägt zu einer vitalen und geschmeidigen Haut bei. Sie wirkt positiv auf unsere Zellen, Zellerneuerung und mobilisiert die Abwehrkräfte, ist körperreinigend, belebend und erfrischend, wirkt positiv auf Haare, Haut und Nägel. Maria Adam, Herba Mildis. Herba Mildis.